Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Let's Test. Heute Planet Explorers. Ja, was soll man sagen? Planet Explorers. Halt, ja, Vaten, Erforscher, Erkunder, nyeh. Es ist auf jeden Fall ein Sandbox, Open World, Abenteuer, RPG mit Beding-Elementen, soweit ich jetzt mitbekommen habe. Zumindest vom Aussehen her. Ja, und es ist aber nicht deutsch, leider. Wir gucken uns jetzt direkt mal rein, denn wir machen jetzt einfach die Story auf normal und gucken rein, was wir jetzt machen. Input your name. Wir machen hier der S280 natürlich rein. So, wir gucken uns unseren übelst erotischen Boy mal an. Wir können auch eine übelst erotische Frau machen, die hat Boobs natürlich. Das machen wir natürlich, vielleicht kriege ich dann mehr Zuschauer. Oh mein Gott, das ist ein Ernst. Das dauert doch wie viel? 500 Jahre, bis ich hier fertig bin. So, nehmen wir das hier einfach mal Enter und dann passt das. Yo, Yolo, einfach einfach rein da. Einfach rein. Nisch, Negi. White click to open storage, was? Oh mein Gott. Alles klar, wir werden... Es wird uns erst mal gezeigt, wie wir uns high mitpottet. Das ist richtig toll. Oh ja. Hier wohl ein Nipu, hau per pata. Oh, pardon. 3-Tick-to-Pick-up. 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 Haben wir hier irgendwie noch zusammenbauen? Ich hab keine Ahnung, Leute. What the fuck is going on here? Ah, ich hab... After it is done, you can export here. It's been able to afford a lot of them. Ladies and gentlemen. It's been a long time coming. As the first humans to ever venture out this far into the frontier. I cannot emphasize how proud... For gelogen, self-call. Was sind wir im Bobby-Eyder? So los, jungs! Sky Tower. The human civilization. Many rivers we had to cross. But... We finally found our way. Separation complete. We are going for atmospheric entry burn in 3... 2... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 2... 2.... Ich habe dann nicht mehr gehalten, wie ich mich in den Truss-Milament auf der Erde. Hahaha! Ich habe die Hoffnung. Das wird Piss-up. Ja? 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 Find an emergency care. Hm, deeamn, boss. Ja, stehen. So, zu. Jetzt geben wir den Boi hier. Get some water. Okay? So weit, so huge! Forgera, dear. Boots, 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 Boots. Fertig. right mode button ok get a piece of enemy jetzt hauen gehen sie geht hin und haut das enemy oder das enemy ist kloppen 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 ich will die andere werden dadurch ja tortsch jetzt keine lampen bauen oder torch okay torch what the fuck is going on in here was ist das ja das? what the fuck? and I was there at the turn you know it starts for Yara putz 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 wir machen na cool zack ich glaube meine haut ist auch immer in dem haus stehen ok hier würde ich mich langsam mal einen Bogen machen können oder nicht? ja irgendwie aber wir finden diese Garen also muss ich das ja so oder so kloppen erstmal so sexy im stück ja dem wo es rauskommt ja gut ich meine so viel kann ich jetzt erstmal nicht sagen ne? das ist ja normales aufbauspiel so ich bin ich jetzt bekommen auf Quests mit dem halt jetzt erstmal unseren Maid befreien oder besser jetzt so versorgen und mal gucken wie es weitergeht haaaahhhh ich glaube wie das ding noch wie haben wir denn jetzt? guck mal guck mal guck mal kann man machen hier einmal stellen wir hier einmal so dann kann ich einen Bogen herstellen so wenn ich einen Bogen habe dann kann ich Pfeile herstellen so so kann ich den Bogen nehmen alles klar das ist natürlich eine geile Kameraführung diese Pfeile hält ist natürlich auch echt horny alter das macht mich richtig moist für so die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020